Das Racer auf die Renne-Gewinnspiel der Polizei Hessen und Rennleitung 110 ist abgeschlossen. Zwölf Gewinner dürfen diesen Freitag bei einem Instruktortraining von Speer Racing auf dem Hockenheimring teilnehmen. Daneben sind aber auch alle Motorradfans eingeladen, also auch du, am 16. Juni 2023 auf dem Hockenheimring WM-Fahrer Marcel Schröder zu treffen und auch an einem gemeinsamen Rideout teilzunehmen. Keine Anmeldung, keine Kosten, einfach vorbeikommen. Ich werde ebenfalls dabei sein und freue mich auf einen unvergesslichen Tag mit euch auf der Rennstrecke.